Haltet euch fern von meinem Revier. Du kaufst die falschen Streichhölzer. Was? Diese Streichhölzer, das sind die falschen. Roter Phosphor ist in den Reibeflächen, nicht in den Hölzern selbst. Da brauchst du schon die 200er Packung von kleinen Streichholzschachteln. Das gibt mehr Reibeflächen, verstehst du? Die hier haben nur eine. Und kauf bloß nicht alles an einem Ort. Kauf es Stück für Stück, verschiedene Artikel in verschiedenen Läden. Das erregt weniger Aufmerksamkeit. Kannst du mir so weit folgen? Danke. Wiedersehen. Hi, hallo, ich nehme mir das hier. Weine Ahnung. Beep. 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 Hey, Carissa, was ist das hier? Haltet euch fern von meinem Revier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.